Allerdings werde ich da erstmal gucken müssen, was denn da alles fehlt. Denn für mich ist das jetzt schon eine Weile her. Wo war das überhaupt alles? Hier war das. Aha, ja genau. Also wir hatten angefangen mit den pinken Kristallen, den die leckeren Kristallen, den gelben Kristallen. Und dadurch konnten wir jetzt irgendwas herstellen in einem von diesen Dingern. Oh weia. Okay, das braucht jetzt eine Weile. Nebenbei waren wir noch im Kottmodule forschen. Das ist richtig. Da brauchten wir Achter. Ah, das ist abgefahren. Gut. So, das. Hier herstellen konnten wir Instable Quantrinium. Dafür brauchen wir noch Ironhousing. Haben wir Ironhousing irgendwo automatisiert? Sehe ich nicht. Okay, das ist doch schon ein guter erster Schritt. Dann machen wir einfach das. Das werden wir schon für irgendwas irgendwann irgendwie brauchen. Äh, das wird wahrscheinlich hier mit dabei sein. Nein. Da. Ironhousing. Einfach nur sechs Eisenplatten. Zing. Du hättest gerne das da. Du bist beschränkt. Okay. Also Ironhousing kommt. Gut. Äh, hier kommen die Kristalle rein. Aber ich denke, das solltet ihr nicht automatisieren. Das, das sieht mir sehr selten aus. Das heißt, wir hauen da jetzt. Ach, das geht wieder nicht. Wir hauen da jetzt nichts rein. Bauen einfach das hier. Das haben wir auch alles nicht automatisiert. Warum? Haben wir von den Data Fragments nicht genug? Die Data Fragments kamen doch hier raus. Richtig, bei diesen Filteranlagen. Die werden alle abtransportiert. Schaut auch hier schon irgendwo ein System auf. Ja. Wir haben 5500 von diesen hellblauen Data Fragments. Seht ihr unten rechts über den grünen Grisselchips. Also ja, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Die können ruhig verballert werden. Ich hätte gerne. Das heißt, die können verbraucht werden. Die können verbraucht werden. Die können verbraucht werden. Die können verbraucht werden. Alle Sachen können verbraucht werden. Also können wir das Ding hier auch automatisieren. Gut. Das heißt. Blau. Blau. Ich baue das hier schon überall hin. Rot, 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 rot. So. Also. Lila Blöcke, blaue Blöcke, hellblaue Kristallsplitter, grüne Scheiben. Ja. Die da nicht, ne? Ne, ich glaube die nicht. So. Blaue Blöcke, äh, lila Blöcke, blaue Blöcke. Nicht, 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 nicht so viele. 100, 100 jeweils sollten reichen. So. Dann die Scheiben. Auch 100. Und die hellblauen Kristalle. Wusch. Hellblauen Kristalle. Und das war's. So, das war's. Okay. Das heißt, die da kommen jetzt auch. Das heißt, wir haben jetzt die lila Kristallklumpen auch. Beschränken die mal auf zwei Stacks. So, was mit den Gelben. Die Gelben brauchen Pure Iron. Ich glaube, Pure Iron hatten wir noch nicht automatisiert. Genauso wie nicht wie Pure. Ah, doch, hier. Ah, sehr gut, wenn der Geo in der Vergangenheit alles macht. Und haben's nicht beschränkt. Äh, ja gut. Sehr gut, dass wir keine Ressourcenprobleme haben oder so, ne? Also, das hätten wir auch. Ist also kein Problem. Oh, du brauchst Slack. Slack haben wir 17.000. Okay. Das heißt, fordere das mal an. Und das mal an. Da. Pure Iron. Das alles wieder runterschrauben auf verträgliche Werte. So, so. Das letzte war wieder so ein Data-Fragment-Ding. Okay. Du bist beschränkt. Also, auch das ist automatisiert. Du. Da wir die unbegrenzt herstellen können ohne größere Probleme, denke ich mal auch, dass wir die hier unbegrenzt herstellen können. Das heißt, wir schmeißen das jetzt auch alles an. Vernachlasse ich gerade irgendwas anderes währenddessen? Also, irgendwas blinkt die ganze Zeit unten rechts. Aber das war, glaube ich, nichts Wichtiges. Es fehlt irgendwo eine Electric Metal Furnace Mischmasch-Baugeschichte. Das ist okay. Dann baue ich die einfach mal ganz kurz. Du bist das, ne? Multipurpose Furnace. Ja. Bau davon mal drei, vier Stück. Und dann schmeißen wir später in die Leckeste. Ähm. Du hättest jetzt gerne Housing. Und die da. Blubblubblubblub. Ganz viel wird verdoppelt. Das ist schön. Trotzdem hätte ich ganz gerne jetzt das Housing irgendwo gefunden. Sah aus wie eine Metallbox. Ähm. Ich sehe keine Metallbox. Ich sehe immer noch keine Metallbox beim Fragezeichen vielleicht. Ja, da ist das Fragezeichen. So. Kommt rein, kommt rein. Wird leider nicht irgendwie verbessert oder verdoppelt oder sonst irgendwas. Blump. Und dann haben wir gleich Instable Quantrinium. Das brauchten wir für irgendetwas. Das weiß ich noch. Für irgendeine Fabrik oder dergleichen. Das heißt, ich gucke einmal mal bei den Yogi-Sachen. Die Fabriken hier oben an. Zehnmal Trade Note. Das braucht die Leica Gates. Oh, die Leica Gates. Das macht Klick bei mir. Da reinhänge ich mich noch. Wo waren die? Da. Oh Gott. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, warum ich damit pausiert hatte. Äh. AQE Accumulator. Äh. Infusion. Infusion. Blablabla. Äh. Könnte ich aber alles herstellen. Außer dieses komische Runde-Ding da unten. Das komische Runde-Ding. Ähm. Das da. Das braucht Quantrinium. Das heißt, daran wird es gehapert haben. Okay, also ich hätte gerne... Warum wird hier nichts hergestellt? Jungs. Oh, wir haben nicht genug von den... ...Lila-Dingern. Wo werden die Lila-Dinger hergestellt? Da hinten. Du, 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 du. Du hast nicht genug Pulver. Du hast nicht genug Grün. Ach so. Äh. Ich glaube in den Kommentaren von vor drei Wochen oder so. Vor der Krankheit. Hatte jemand gemeint, dass hier irgendwas nicht ganz richtig wäre. Hier konnte ich nichts rein tun, ne. Also Grün scheint zu funktionieren. Auch hier scheint Grün zu funktionieren. Es kommt nur nicht genug Pulver an. Oh, hier schon mal ein Problem, weil die Schlacke alles zumüllt. Das heißt, das machen wir mal zu Lila-Kisten. Und hier braucht man ein grünes Ärmchen. Ne, das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Aber was soll's. Also ich muss jetzt so einstellen, dass die Sachen nur rausgenommen werden, wenn diese Pellets nicht übermäßig im System vorhanden sind. Sonst müde ich halt alles zu und verbrauche die Ressourcen, die wir für andere Dinge brauchen. Und wo ich gerade hier bin, schmeiße ich mal die Multi-Purpose-Furnace-Dinger hier rein, damit das da unten aufhört zu blinken. So, wo sind meine grünen Ärmchen? Da, Smart-Inserter. Du nimmst bitte nur Sachen raus. Hatte ich nicht vier oder so für die Ärmchen gebaut? Ach so, ich hab Close-Inserter. Egal. So, also du nimmst raus. Und zwar nimmst du raus sowohl Schlacke, sonst haben wir ein Problem, sowohl Schlacke als auch das andere, die grünen Pellets. Du nimmst sie aber nur raus, man kann von Vierer-Gottendu gleich auf Fünfer-Gottendu springen. Ja, klar. Du nimmst die beiden Sachen nur raus, wenn im System weniger als 500 sind. Das glaube ich doch jetzt nicht. Also momentan, genau jetzt, wo ich gerade spreche, sind weniger als 500 von den grünen Pellets im System. Ja, anscheinend, sonst wären hier auch mehr drin. Okay, das scheint schon mal zu klappen. Das heißt, jetzt kopieren wir das Ganze. Oh, das geht schon mal nicht. Okay. Dann verändern wir das Ganze. Du nimmst jetzt blaue Pellets und Schlacke, aber nur, wenn blaue Pellets unter 500 sind. Also ähnlich wie das andere auch. Gut. Trotzdem kommen grüne hinterher. Wollen wir da mit irgendwelchen Boostern arbeiten? Also diese Mini-Beacons oder dergleichen zum Beispiel. Müssen wir. Weil so wird das sonst nichts. Wir könnten die gesamte Anlage einmal kopieren. Was ist mit blau? Haben wir blaues Brücken genug? Auch nicht so wirklich, ne? Oh doch, hier ist noch blaues Brücken genug. Das ist okay, aber grün nicht. Das heißt, wir nehmen einfach mal diesen Teil der Anlage hier. Ja. Diesen Teil der Anlage. Das sieht so komisch aus. Setzen den hier hin. Hier hin. Hier hin. Ich glaube, wenn dann eher so. Bauen wir mal so hin. Und hoffe, dass wir genau Crusher und andere Krimskrams in einem System rumliegen haben. Rohr scheinen zu fehlen, aber ist okay. Dun, 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 dun. So, du stellst was ja da schon mal gut. Ähm. Und dann kopiere ich das nochmal. Du. Kopiere mal das. Mach das da hin und leg da noch ein Rohr ran. Und stelle jetzt ein paar Rohre hin, damit davon auch genug System drin. So, du, 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 du. So, so. Gut. Jetzt brauchen wir nur noch Ärmchen und so weiter. Die kopiere ich auch von hier oben raus, weil es sonst zufriedenlich ist, alles rauszubauen. So. Flop, flop. Und damit sollten wir dann doch eigentlich genug haben, oder? Und alles auch richtig eingestellt und, 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 und. Oh, 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 oh. Und dann sind die Rohre weg. Wir haben irgendwo keine Fabrik, die Rohre herstellt. Das klingt komisch. Wir haben irgendwo keine Fabrik. Doch, hier. Ah, aber die legt sie nicht raus. Okay. Du, ta, rot. Beschränken. So. Das hätten wir also auch. Das heißt, wir haben jetzt nicht besonders viel geschafft in Richtung Yogi Alien-Auswärts- Unicom-Sache herstellen. Aber wir haben hier ein paar Sachen automatisiert. Und wir haben dafür gesorgt, dass die Grundressourcen, also gerade jetzt das grüne Krisselpulver, vermehrt hergestellt wird. Wobei das immer noch nicht ausreichend aussieht. Das wird so schnell verbraucht hier alles. Das ist problematisch. Also gerade hier, dass der nicht aufhört zu produzieren, ist ein bisschen komisch. Du verbrauchst die Pellets, ja. Wer verbraucht noch diese gelb-grünen Pellets? Sonst müssten ja langsam 500 im System aufgetaucht sein. Müsste eigentlich irgendwo hier sein. Aber hier fliegt nirgendwo jemand hin mit grünen Pellets. Ich guck mal nach unten. Ich glaub, wir hatten nämlich noch eine alte Anlage für Yuki. Ne. Hatte Gero in der Vergangenheit auch schon abgerissen. Sehr kurios. Hier wird nie irgendjemand grüne Pellets beantragen. Das wäre sehr komisch. Mal da rum. Ist eine Sache, die wir im Auge behalten müssen. Also einfach im Laufe der nächsten Folgen gucken, ob sich hier was anhäuft an grünem Pulver oder nicht. Ich hoffe mal schon, damit das auch mit dem rosa Pulver und den rosa Blöcken dementsprechend schneller funktioniert alles. Dafür brauchen wir das nämlich auch. Ja, hier kommt kein grünes Pulver an. Was mit dir? Oh Gott. Das. Das ist der Grund, warum wir kein grünes Pulver haben. Und auch kein rosa Pulver und keine rosa Blöcke, weil hier alles zu diesem orangen Stuff verarbeitet wurde. Ja, Kisten beschränken ist echt mein Ding. Also das vergessen. Beschränken. Vergissen. Daran geht es öfters zugrunde. Sei es drum. Hier werden wir ähnlich arbeiten müssen wie drüben, richtig? Ja. Das heißt, das müssen wir auch noch mit intelligenten Ärmchen machen. Du nimmst bitte raus Lila Blöcke und Schlacke. Aber du nimmst nur etwas raus, wenn lila Blöcke kleiner als 500 sind im System. Und das muss eine lila Kiste werden. Okay. Also ein bisschen Feintuning, ein bisschen was automatisiert. Das muss hier erstmal reichen. Jetzt würde ich ganz gerne die Goldmodule 4 automatisieren. Und dann demnächst auch 5. so. Was? So. Blueprint. Blueprint. So. Reich bitte gleich weiter von hier nach da. Du stellst jetzt her. Was? Oh. Das geht nur in grünen Fabriken. Das ist okay. Grüne Fabriken sollten wir herstellen. Was? Oh. Ich brauche Tungsten, Kabitplatten und Nitinol Bearing. Nitinol hatte ich mich in der letzten Folge mit beschäftigt, soweit ich weiß. Das soll schon automatisiert sein. Ich weiß nur nicht mehr wo, weil das zu lange hier ist. Aber wir haben noch keine Kugellager und dergleichen automatisiert, richtig? Das sind Chips. Hier? Ist hier irgendwo Nitinol gewesen? Das ist jetzt Bronze. Solderplate? Nein. Da ist Nitinol. Aber auch nur die Platten selber. Kein Bearing oder ähnliches. Okay. Das muss also auch noch automatisiert werden. Wir brauchen was mit Tungsten Carbideplates? Die sehe ich hier auch nicht. Okay. Gib mir nochmal so ein Electric Multipurpose Furnace Ding. Das bappe ich dann hier hin und erhofft nur, dass wir die Tungsten Carbideplatten die Tungsten Carbideplatten hier auch herstellen können. Weil er mich hier nicht sagt oder mir nicht zeigt, wo man das herstellen könnte. Zeigt er mir das hier? Das sind CPUs. Nein. Den Tungsten Carbide in komischer Fabrik mit einem Witterschädel drauf. Das könnte das Electric Multipurpose Ding sein. Du. Da. Stell bitte für mich her. Tungsten Carbide. Können wir herstellen mit Carbon und Powder Tungsten? Oder mit Tungsten Oxid und Carbon? Was wird einfacher Schrägstrich mehr hergestellt? Ich weiß, wir haben Powder Tungsten irgendwo. Da. Momentan haben wir davon aber nichts, weil was fehlt? Hydrogen. Warum haben wir kein Hydrogen? Weil Salz fehlt. Warum haben wir Salz nicht? Weil das grüne Zeug nicht verbraucht wird. Das grüne Zeug wird nicht verbraucht, weil... Was? Wasser? Okay, warte. Wir nehmen einfach ein... ... ... ... ... ... Void Pipe. Da. Das hilft mir jetzt hier, aber nicht das grüne Zeug loszuwerden. Okay, dann tue ich es hier hin. Das heißt, ein Teil der Flüssigkeit läuft nach oben zu der Fabrik und kann da verbraucht werden, wenn es denn gebraucht wird. Und ein anderer Teil fließt hier in die Void rein. So ist zumindest der Plan. Also es kann gut sein, dass ich jetzt dafür gesorgt habe, dass nie wieder grüne Flüssigkeit da oben ankommen wird, aber das ist ein Problem, um das ich mich später kümmern muss. So. Also das funktioniert hier wieder. Dementsprechend haben wir auch wieder Powder Tungsten, aber das ist viel zu langsam. Die Alternative war... Nein. Die Alternative war Tungsten Oxid. Das ist ein gelbes Pulver. Davon haben wir wesentlich mehr. Okay, also nehmen wir Tungsten Oxid. Und du. Carbon und Tungsten Oxid bitte anfordern. Dich vergöttern. Tungsten Oxid. Und... Carbon. Und beschränken. Wie wir gerade gelernt haben. Wichtig, wichtig. So, das heißt, das eine haben wir schon mal. Jetzt fehlt nur noch dieses Nitro-Null-Bearing. Das werden wir wieder in einer normalen Fabrik herstellen müssen mit irgendeiner Flüssigkeit. Da bin ich mir relativ sicher. Mal einfach irgendwo hin und guck. So, wir hätten jetzt gerne Duster. Brauch Lubricant. Gut. Lubricant-Abteilung ist hier oben. Was doof ist. Duster müsste weg. Du müsstest mal nach oben gesetzt werden. Und dann kommst du hier hin. Warum, warum sind die Kugeln eigentlich direkt hier neben? Achso. Damit sie nicht angeflogen werden müssen. Aber... Na gut, was soll's. Gib mir... Einmal Flüssigkeit nach unten. Einmal nach da. Du hättest gerne die da hergestellt. Und Nitro-Bearing-Balls werden wir auch nicht haben. Ich guck mal ganz kurz, ob wir irgendwo Titan-Bearing-Balls automatisiert haben. Bin ich mir relativ sicher. Da war schon mal Stahl. Hier unten. Was haben wir da? Titan und Stahl. Das heißt, beide Ballproduktionen hier oben können weg, um Platz zu sparen. Muss halt nur jeweils immer angefordert werden. Du fordern Stahlball. Das hier kann weg. Ja. Du da oben forderst schon Bälle an. Ja. Kannst also du auch weg.